Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Soulie Next. Heute mit einer kleinen Ankündigung und zwar heißt das Video Spielt mit mir. Ist eigentlich ganz klar, was das bedeutet und zwar am Sonntag, den 14.12.2014 von 18 bis 20 Uhr bin ich für euch da. Ihr könnt mit mir zusammen eine Runde The Forest spielen, das wäre dann die Raute 55 und ihr seid live dabei. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn wir da genug Leute zusammenbekommen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass der Semi auch mitspielt. Und dann wären ja so gesehen noch sechs Plätze frei. Und jeder von euch, der gerne mitspielen möchte, kann in die Videobeschreibung schreiben, ob er mitmachen will oder nicht. Und ich werde euch dann gegen, ja, Sonntag, äh, mm, 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 ja, gegen Sonntag werde ich euch dann eine Nachricht senden mit der IP. Und dann dürft ihr beim Raute 55 mit dabei sein. Ins TS werden wir nicht gehen, das muss ja nicht sein, denn The Forest hat jetzt Walkie Talkie. Ich werde zwar nicht mal mit dem Semi im TS sein, aber ich denke, Walkie Talkies reichen für, ja, damit wir uns unterhalten können. So wird das Walkie Talkie auch mal ein bisschen genutzt, äh, da das jetzt ja auch eine Funktion von The Forest ist, sollte man das nutzen. Und dann können wir einen Haufen Spaß gemeinsam haben. Zwei Stunden lang bin ich für euch da, zwei Stunden lang The Forest. Ihr und ich und Semi. Ja, das könnte doch auf jeden Fall bocken. Also schreibt in die Kommentare, meine Leute. Sechs Leute dürfen noch mitspielen, wir werden die acht nicht überschreiten. Die ersten sechs, die schreiben, dass sie mitspielen wollen, werden dabei sein. Und alle anderen haben leider Pech gehabt. So was wird es mit Sicherheit in Zukunft noch öfters geben. Wie gesagt, es kommen dann auch Livestreams, sobald der PC besser ist. Also Leute, nicht vergessen, Sonntag, 18 Uhr. Wir zocken gemeinsam. Ich freue mich auf euch. Euer Soulindex. Ich freue mich auf euch. 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 Vielen Dank.